Ich hätte doch eine machen sollen. Ich sehe ja nicht. Ja, okay. Interessant. Ja, danke. Sehr nett von den Windmühlen. Jetzt kann ich von hier wieder starten oder was. Ey, wie unfair. Wie unfair. Wie dieses Spielzeugauto hasse, ey. Er fährt sich einfach nur wie so ein Hot Wheel. Oh, geil. Ein Hot Wheel. Ey, wie man hier einfach nicht sieht, diese windmündet weiße Ding. Das ist ja wie meine Tapete. Da sieht man die Wichsflecke auch nicht. Ja, danke. Nein. Oh, komm, fick dich doch, Mensch. Dreckige Windmühle da. Ist doch scheiße. Jetzt kann ich die Rampe schon wieder fahren. Nein. Komm, verpiss dich. Ich komme mir nicht mehr lang heute. Bist du da auch hängen geblieben? Nein. Genau, das ist mir eben auch passiert. Ey, fick dich, Alter. Du dreckige Windmühle. Ich hätte die dauernd von dieser Windmühle wurde die ganze Zeit weggeschleudert. Alter, Junge. Die sind so unnötig. Ey, das gibt's doch nicht. Man sieht ja vor allem auch nicht, wo die sind. Ich komme da nicht weiter. Hab die Idee, wo die sind. Oh, Mensch. Jetzt nimm den Checkpoint verdammt nochmal. Vor allem zwei Runden. Ja, das trauert mich jetzt schon. Ich hätt' aber eh noch machen können. Ach, das will ich schon passen für die Augenhänge noch mit so einer Eulenkarre, ja? Massako wäre noch... Warum dreht die sich jetzt nicht? Ich glaube, meine muss ich nachher mal irgendwann nur resetten. Die ist so im Arsch. Jetzt dreht die sich einfach. So, eh ne Runde noch, dann hab ich den Rotz hinter mir. Ja, richtig, Alter. Was passiert mit dir denn da? Ja, diese Wichsmühle hier. Mensch, ey, krass... Einfach ausweichen. Wie das nervt. Wie das nervt. Ich komme hier nicht weiter. Das ist ekelhaft. Weich die Dinger einfach aus. Ja, wenn die von unten kommen, ja? Ja, wenn man hier im Außenklang fahren, wo die nicht sind. Da, wie sie... Das sieht man ja nicht mal. Aber zum Ragequit, da muss noch mehr passieren. Bin gleich abgenudelt hier. Oh, Alter. Bist du explodiert, Alter? Scheiße. What the fuck? Du bist auch hier. 3805. Ja, gut, Geld, ja, okay. Kann man sich anfreunden mit. Und hier nochmal der Boss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann und schau. Hast du den... Ach du Scheiße. Oh nein, ich wollte... Nein. Ich wusste es. Gott, der geht da hinten noch weiter. Wie lang der ist, Alter. Ich wusste es. Vor allem, wie lang der ist, Jan. Das ist sauschwierig. Cool, ich habe gerade meine Nebenkosten bezahlt. Ich auch, geil. Sag mal so. Ich dachte mal, ich sehe, wie viel... Wie lang? Wie viel liegt der ausgeben, muss ich hier? Jetzt ist das lang. Der Wallride. Und das mit der Karre, ey. Oh. Fahr vor, los. Ja, ich kann ja nur fahren. Weiß. Ich will nur noch Windschatten von dir. Geh doch hoch, fahr doch. Nein, Jan. Der fährt einfach nicht. Wissst du, der lenkt doch komisch. Ach du im Weg. Fann, ey. Scheiße. Scheiße. Lass mich mal vor, ey. Da ist auch nicht no contact hier. So, okay. Ich habe mich mal ein Stückchen vorgelassen. Komm jetzt aber. Warum denn? Ja, Scheiße. Ich verstehe das jetzt hier nicht. Fann, du explodierst einfach. Warum muss ich denn immer respawnen, hier? Einfach du halt mal vor. Ich weiß nicht, wie lang ist denn das Ding, bitteschön. Lang. Und wir haben wohl noch zwei Runden gemacht, ey. Ist doch scheiße. Fuck you. Warum springt denn der jetzt raus, der Homo? Der Homo ist einfach rausgesprungen. Ja, du kannst aussteigen, das ist ein GTA-Rennen. Ja, aber ich habe ja nichts gemacht, deswegen. Wenn du F-druckst. Der ist schwul. Dann hast du auch, dass ich ihn gleich hochgekommen bekomme. Vielleicht wolltest du D drücken. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sehe gar nichts. Wie lang der ist. Ey, du schaffst das. Was ist das denn? Hä? Wo muss man denn da weiter? Mann, hätt ich mal eh ne Rundennähe gemacht. Ja, aber ich muss... Weil ich renne zu groß ist. Ich kann nicht wissen, dass hier so ein Wall-Wide schon wieder ist. Das scheiße schon wieder. Ja, nee, das kann ich nicht. Mann, ey. Nee, das regt mich schon wieder auf. Ich meine, wenn ich wenigstens eh ne Rundennähe mache, wir müssen das ja nochmal machen. Ja, ich glaub, das... Ich glaub, den können wir das bestimmt besser. Nee, direkt. Ich frag mich nicht. Aua. Scheiße. Fellen, du kannst ja nicht gut... Wie willst du das denn? Alter. Komm schon. Wie viel ist denn noch? Ich hab's gleich. Oder? Ich hab's geschafft. Ernsthaft? Keine Ahnung, wie fragt mich nicht. Doch ich frag dich... Nee, da kriegst du keine Antwort drauf. Okay, die Motorhaube ist mal wieder abgeflogen. Total logisch. Mann, das ist doch scheiße. Jetzt mach ich den Wall-Wide wieder auf. Vielleicht schaff ich den jetzt besser. Eigentlich hab ich den irgendwie gescheckt. Wie wird das alles erstmal ausgekriegt? Weiß aber nicht. Den hat er nicht... Obwohl, warte mal. Gib Gas, du Spaß, gib Gas. Könnt ich wenigstens warten denn? Ich hab's geschafft schon wieder. First try diesmal. Könnt ich wenigstens vorm Ziel warten? Beenden kann? Ich schau euch grad zu. Ich warte doch jetzt nicht 10 Jahre hier. Hey, ich bin doch auch gleich beim Wall-Wide. Mann, nimm doch mal den Checkpoint jetzt hier. Affe. Jan, wieso hast du das grad getan? Warte. Das hab ich doch gesehen. Was hab ich denn gemacht? Wieso drehst du dich? Du hast voll Zeitpunkt gemacht. Da war schon jetzt hier in der Kurve? Aber das kann man nicht sehen so schnell. Geil bin so... Also Fahrrad mach ich nicht. Lass uns mal was von ganz, ganz früher zocken. Pokemon Go auf Gameboy oder was? Nein, Sniper's vs. Da hab ich oben ne Map hier aber auch drauf. Ja, aber das macht denn nur mit, wie sagst, Spaß. Weil da brauchen wir ordentlich Leute. Dicker, ich hab alle weggesnipert. Macht's mit mir keinen Spaß? Ach ja, tschüss Leute. Sorry. Es ist ein F-Vergier. Doch was auch bei dir in dem sham.